So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go. Ich will mal wieder ein kleines Zwischenvideo aufnehmen für zwischendurch. Wusste gar nicht, wie ich das irgendwie wieder alles unter einen Hut kriegen soll. Hab gedacht, ach, setz dich hier neben seinem Rauf. Fertig, Bäm. Mir ging es die ganze Zeit ja richtig schlecht. Ich bin dann nur wegen Jonas an jedem Frühmal raus zum Kinderarzt gefahren. Also hab Sandra da hingebracht, war dann der Fahrer, hab in meinem Auto gewartet auch. Gut, konnte ja da nicht mit Horen alles. Hab mich ein bisschen abgeschottet. Während der Fahrt jeden Früh zum Kinderarzt hab ich meinen Gottscha angehabt. Und dabei ist die befristete Forschung, die es jetzt zum Lichtfestival gab, irgendwie fertig geworden. Das finde ich sehr gut. Also waren ja Sachen dabei mit irgendwie was erkunden oder mit Eier oder mit... Ich hab keine Ahnung. Ich war ja froh, dass es zum Lichtfestival kein kostenpflichtiges Ticket gibt. Denn hätte mir jemand ein Ticket geschenkt für eine Forschung zum Lichtfestival, hätte ich mich ja wieder genötigt gefühlt, in meinem Krankheitszustand trotzdem ein Video zu machen, wie ich diese Forschung löse irgendwie. Und das wäre absolut gar nicht gegangen. Aber es gab kein Ticket, keine Ticketforschung. Es gab nur diese befristete Forschung. Und die hat sowieso jeder gehabt. Und weil die jeder hatte, war die ja nicht so wichtig, euch zu zeigen, was ihr verpasst. Weil die habt ihr ja eh. Wichtiger ist es, die Ticketforschungen zu zeigen, weil es ja Leute gibt, die sich das Ticket nicht kaufen, die dadurch aber dann trotzdem sehen, wie ich die mache und was da eben so drin ist. Das möchte ich jetzt zum Beispiel erstmal abholen. Hier ist ein Rauch drin. Bevor ich es nämlich vergesse, das habe ich nämlich auch schon gemacht, weil das ist ja nur befristet. Das ist ja dann weg. Deswegen muss ich es jetzt abholen. Gucken wir mal hier rein, was da ist. Hier ist ein Voltoball. Wir machen das trotzdem jetzt irgendwie hier vielleicht mit dem Schnellfang-Trick, damit das dann eben alles schneller geht. Wir wissen, ab dem Voltoball bewertet man dann auch. Also nachträglich wird auch bewertet. Und wir gucken, ob jetzt hier was Gutes dabei ist. Das ist eigentlich Suifukano. Hier ist ein... Verdammt, hier ist ein Blip. Jetzt habe ich alle Sachen weggeschmissen. Bei dem brauche ich doch noch Bonbons. Den muss ich doch entwickeln irgendwie. Das ist auch wichtig, weil der neu ist. Da ist ein Wubungos drin. Ich glaube, den müsste ich eigentlich auch entwickeln, weil ich den nicht habe. Aber der ist nicht neu. Deswegen interessiert es keinen von euch, weil der ja nicht neu ist. Aber alles, was irgendwie Bonbons gibt, packe ich gerade aufs Blip Magma. Habe ich jetzt hier drauf. Jetzt habe ich hier noch einen Dedenne drin. Das sind also alles richtig tolle Pokémon. Wie passt denn Magma zum Lichtfestival? Weil es brennt, ja. Ich finde Magma ist so hässlich einfach nur. Hier unten haben wir noch einen. Pass auf. Jetzt kommt das Beste. Und vor allem, wenn ich dieses T-Shirt sehe. Ich finde das T-Shirt auch nicht schön. Ja. Ich sage es. Es ist... Eine Reitschuh. Einer Lola Reitschuh. Und das habe ich, glaube ich, noch nicht. Auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe irgendwie, glaube ich, die Nacht irgendwas geträumt. Da habe ich irgendwo gekämpft. Oder ein anderer hat gekämpft. Und dann hat er immer so Reitschuh angegriffen. Und ich habe gedacht, warum greife ich denn nicht damit an? Ach so, weil ich gar keins habe. Das ist bestimmt genau das, so wie es war. Aber irgendwie weiß ich auch nicht mehr, um was es ging. So, also das Reitschuh habe ich jetzt bewertet. Den Rest möchte ich jetzt aber kurz mal bewerten. Von den Sachen, die hier sind. Wir haben ja hier beim Boldo Ball angefangen. Ob da jetzt noch was Gutes dabei war. Das meiste hat sogar drei Sterne. Das passt. Wie sieht es jetzt hier aus mit Blip? Wie viele Bonbons haben wir? 51. Das heißt, wir könnten sogar den neuen Pokedex eintragen. Von Blip holen. Nehmen wir hier das Höchste, was ich habe. Das ist zwar besser, aber das ist höher. Deswegen holen wir das mal ab. Dann haben wir nämlich passend zum Lichtfestival auch hier noch den neuen Pokedex eintragen mal gezeigt. Das noch gemacht. Ja, ich bin momentan froh, wenn ich nicht großartig raus muss. Immer noch ein bisschen so Nachwirkungen. Nachwirkungen. Ich hoffe mal, ab Montag ist dann wieder vielleicht das alles wieder ein bisschen wieder... Es gibt so viel eigentlich zu sagen, zu klären, aber nee, ist okay. So, wir haben jetzt hier 1800 Wampits. Wie sieht das aus? Sieht aus wie so ein Kuscheltier von Marie aus dem Zimmer. Sieht halt einfach... Sind die Augen jetzt da vorne oder sind die Augen so am Rand? Hat das jetzt mehrere Augen oder was? Ich dachte, außen das sind Augen und ich dachte, dass in der Mitte sind Nasenlöcher und da ist noch der Mund. Das er aber seine Nasenlöcher nicht zusammendrücken kann und Augenlider hat an den Nasenlöchern, müsste ja das Gelbe in der Mitte seine Augen sein, oder? Das heißt, das hat eigentlich Augen und Mund. Was ist das denn aber außen? Ohren? Auch Augen? Fake Augen? Ich habe mir das so noch nie angeguckt. Ich habe mich immer blenden lassen, dass das außen irgendwie passt. Ansonsten finde ich das Teil eigentlich cool, irgendwie, muss ich sagen. Das gefällt mir, das ist einfach so ein ranziger Klotz. Das sieht schön aus. So, wollen wir das T-Shirt mal anziehen? Ich habe jetzt hier dieses Aquana-T-Shirt an. Ach so, ja, Schrank. Um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil wir so heftig hier das gemacht haben. Bis ich das jeder finde. Ich gehe einfach mal bis runter. Ja, manchmal sammelt sich das ja da an. Naja, sammelt sich das nicht. Wisst ihr was? Ich verstehe es sowieso nicht. Jetzt wird mir der Shop wieder so angezeigt. Auf dem anderen Handy wird es mir wieder nicht so angezeigt. Also, ach, ich. Brauche ich nicht. Shop interessiert mich. Ihr seht, wie viel Arbeit in den Videos gerade hier steckt. Dann wollte ich mal gucken, wenn ich einmal dabei bin. Ich habe hier sowieso noch ein paar Sachen, die ich vielleicht auch mal abholen könnte. Showdown im Schatten zum Beispiel. Das kann ich doch mal abholen. Dass hier endlich mal ein paar Fenster sich schließen. Hier gibt es auch nochmal ein Pokémon raus. Das müsste jetzt... Showdown im Schatten. War das nicht die Rocket-Forschung? Die Team-Go-Rocket-Forschung oder Übernahme oder irgendwas? Glaube ich. Ja, aber du fängst halt alles irgendwie an. Machst einfach nur ein Stück von irgendwas. Weil das direkt sich darauf beziehen soll. Dazu gehören aber andere Sachen, die dann auch noch ein bisschen mehr sind. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist ein 93er. Und dann hast du immer noch so vieles offen. Und dann... Ah, dann weißt du immer nicht, wie du das alles irgendwie zusammenfassen sollst in irgendeinem Video. Diese Forschung kann ich jetzt wenigstens mal komplett fertig machen. Showdown im Schatten. Also abgeschlossen. Kann weg. Team-Play dauert noch. Hier ist noch was mit dem Paldea-Abenteuer. Aber da muss auch noch was gemacht werden. Die Level 43-Herausforderung. Da wollte ich ja mal ein Max-On-Monday-Video machen. Mit Power-Ups. Ein bisschen Sachen pushen. Da lasse ich also weg. Hier findet deine Stimme. Da können wir mal draufdrücken. Gucken, was hier drin ist. Hier ist ein Palim-Palim. Jetzt haut er auch wieder ab. Wir haben ja letztens Shaman irgendwo drin gehabt. Und Shaman abgeholt. Ich dachte, finde deine Stimme ist... Jetzt würde ich sagen Miluetta. Shiraji? Miluetta? Ihr seht, mein Kopf ist einfach nur Matsch. Wir drücken mal hier drauf. Wenn jetzt hier was kommt, müssen wir es schon wieder wegmachen. Oh mein Gott, da steht wieder Miluetta erscheinend. Das wird nix. Miluetta ist so besonders. Das muss ich wieder extra machen. Seht ihr das? Wenn ihr spielt, ihr spielt einfach. Ich holt einfach alles ab. Ihr macht einfach alles fertig. Das passt einfach. Ich denke mal, ja, letztens habe ich ein Video gemacht extra für Shaman. Da ging es um Shaman. Jetzt ist hier wieder Miluetta am Start. Also das muss ich jetzt auch wieder extra machen. Jetzt habe ich es da oben drin. Kann das wieder nicht machen. Was können wir sonst noch machen? Eine mysteriöse Entdeckung. Hier können wir was abholen noch. Da gibt es auch wieder ein Bleber-Ei. Ein Pass. Das müsste aber auch wieder ein mysteriöses Pokémon sein. Das häuft sich halt alles. Und wenn du bei einer irgendwo ein Stück weiter gehst, dann hast du da wieder das und da hast du das. Mehr zum Meltan kann ich hier noch was abholen. Ich nehme gerade schön viele Items mit und bälle. Das ist cool. Obwohl ich gerade eh nicht so in die Stadt komme. Von A bis Zergarde. Das ist ja was, was man auf dem Hauptaccount gerne gemacht hat. Man wollte ja diese Optimus Prime Form haben vom Zergarde. Aber im Habanero muss ich sagen, interessiere ich mich absolut gar nicht für Ruden. Hatte mal versucht was anzufangen. Aber jetzt in letzter Zeit, man hört ja nur noch, mach keine Ruden. Voll keine Ruden. Dreh keine Stops. Reich keine Stops ein. Bewerbe keine Stops. Also du wirst ja überall gesperrt. Und nochmal gesperrt, weiß ich nicht. Das überlebe ich nicht. Haben wir jetzt noch irgendwas, irgendeine Seite komplett fertig? Jetzt haben wir schon die 43 Herausforderungen. Wir haben die 45 Herausforderungen. Es stapelt sich alles hier oben an. Es wird immer schlimmer. Was ich für euch aber noch habe zum Abschluss, ist das. Wir können wenigstens noch ein Shiny einblenden. Dann können wir nicht sagen, dieses Video endet mit einem Shiny. Und ja, wie gut das ist, weil das ja aus der Forschung ist. Das finden wir gleich raus. 466 WP ist noch der Wert. Also guck mal da noch rein. Und dann ist das Video eigentlich für Sonntag, damit ich chillen kann. Weiß aber immer noch nicht gerade, wie ich den Samstag überhaupt machen soll mit dem Mega-Dings-Raid-Day hier vom Knackrack. Paragoni 11, 15, 14. Könnte man da theoretisch auch mal eins entwickeln. Habe ich aber jetzt nicht gemacht. So, das haben wir fertig. Hier ist jetzt nichts mehr. Da ist jetzt nichts mehr. Da würde ich sagen, naja, ziemlich unspektakulär. Highlight ist aber dieses Gänger gewesen. Das finde ich cool. Das hätte ich eigentlich mal zu einem Mega-Gänger machen können. Aber ich glaube, ich habe einen 98er bei dem mal durchentwickelt. Wenn ich überhaupt schon einen Mega-Gänger gemacht habe. Ich weiß es nicht. So. Wie hat euch das Licht-Festival gefallen? Was habt ihr so gemacht? Achso, was ich ganz kurz vielleicht noch zeigen kann. Wegen Shinies und so. Ich habe schon 32 Shinies auf einmal. Als ich in die Stadt gefahren bin, zu dem Kinderarzt, habe ich ja meinen Gottscher an, wie gesagt. Damit ich jetzt immer mal ein paar Geschenke kriege. Die ich dann, während ich im Auto gesessen habe. Und was musste, bis das Kind fertig gemacht wird. Habe ich die verschickt. Und auf dem Heimweg hat er wieder Geschenke gesammelt. So konnte ich trotzdem jeden Tag meine 100 Geschenke ohne großen Aufwand verschicken und machen. Und plötzlich habe ich gesehen, da ist ein Zubiris. Da ist ein Warblumer gefangen worden. Da ist mal ein Fritzlblitz gefangen worden. Da ist mal ein Zickzacks gefangen worden, war da drin. Da war mein Zwirlicht einfach drin. Also, das was ihr seht an Shinies, die ich in den Forschungen fange, sind in den Forschungen, in den Videos. Und das passt. Und alle, die ihr nicht seht, sind dann meistens durch das GoPlus geklickert worden. Das ist krass, dass das trotzdem so gut was mitmacht. Außer dieses Balgoras, das kam aus einem Ei. Das ist aus einem 10km-Ei gestern geschlüpft gewesen. Das finde ich cool, gerade weil es aus einem Ei ist, hat es eigentlich auch immer gute IV. Das ist auch ein schönes Shiny. Das ist ein cooles Pokémon, was ich damit mache. Weiß ich aber nicht. Ansonsten war es das jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Guck mal, ich habe heute noch gar nichts gemacht. Ich habe noch nichts gemacht. Ich habe noch gar nichts gemacht. Nehmen wir mal das Pikachu noch mit. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Was ist denn überhaupt die Kamera? Ab Montag wird es wieder besser. Ich gelobe Besserung. Lass mir mal noch ein bisschen Zeit, meinen Kopf wieder freizukriegen. D102. Grüße gehen raus. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Pikachu. Ich traue mich gar nicht drauf zu drücken. Ciao. Ich fahre dich. Ich traue dich. wenn du da gesehen what bist du da ist.